moin moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme von starbound und ich bin nicht alleine mit mir ist ein titanium verschwählen der extreme hallo ja in der letzten folge haben wir schon alles gekraftet und gebaut und gefunden was wir bauen wollten wir haben schon radioaktive rüstung gebaut und so weiter wir sind haben wir auch den vierten endgegner besiegt wir praktisch nur noch hier um bisschen taraturium zu finden nein ihr habt schon gemerkt das war alles gelogen wir suchen noch ergeblich unsere leichen und haben seit beginn dieser aufnahme session immer noch nicht das geschaffen verschaffen wollten richtig man muss sagen extreme schuld da stimmt er mir auch ja ja genau ich bin dran schulter ich ja schon längst von dem planning hätte ich ja bitte haben wir hier schon mal hier an die müssen zurück müssen zurück wir müssen zurück wir dürfen einfach nur nicht mehr gleiteil sterben weißt du verstehst du dass der trick hier bin ich hast erfolgreich herausgefunden warum ich dort gestorben bin ja ich muss sagen der grund der war sehr wichtig ach deswegen bist du gestorben finde ich ja schön wenn man sowas auch mal ausschlüsseln kann ja so schnell hier hoch ja hier müssen in fleischige gegebenheiten gehen ich bin zu hoch ja ich lebe aber noch falls sich das beruhigt ja hier habe ich mich hoch gebaut daran erinnere ich mich also du musst nach links oben weiter gehen links oben wenn du in den gang gerade gespawnt wird heißt das natürlich bin ich dir hier gestorben dass er die nächste frage hier ich habe mich gefunden extrem egal nach oben ja ich muss erst mal selbst wieder mein körper jetzt finden ich komme zu dir ich komme zu dir wir haben uns gefunden extrem ich weiß jetzt gar nicht nein das gibt es doch nicht das ist ja extrem todes party ja das ist geil geil wo bin ich denn jetzt gestorben marscha das ist nicht lustig so wo ist es mein fleisch gesucht ich check es gerade nicht war das hier ich stehe gerade echt auf dem schlauch hier war das nicht verdammt ich bin gerade falsch gelaufen hier genau hier ist richtig hier muss man zu mir laufen extrem ja moment also hier sind wir auf jeden fall an deiner leiche vorbei gelaufen wenn ich zu dir laufe ja du bist genau wir sind also ich bin schon ein stück weiter als eine leiche aber hier sind wir längst gelaufen ich komme jetzt einfach mal in deiner richtung kann doch nicht genau dieser ordnung muss jetzt ein gleiche wieder auf diesem planeten der planet ist einfach kacke perfekte input für ein best of ja ja marscha du kannst gerne ein best of machen du bist jetzt die best of beauftragte aber mich wundert ist jetzt mal ernsthaft gesprochen ich wundere das wirklich dass ich verhältnismäßig weniger gestorben als ich muss dazu sagen ich bin teilweise auch gestorben ohne ausrüstung hat kaum das muss man fairerweise das erste mal habe ich gefällt und dann kam eins nach dem anderen ich habe meine sachen wieder gefunden du hast deine wiedergefunden ich habe meine und jetzt wirst du sehen wie schnell so und gerne oberfläche kommt ja aber wo sie müssen jetzt meine gleiche ja dann müsste ich jetzt mal wieder hier hoch kommen ich bin fast wieder tot das kann nicht sein nein nein das kann ich glaube ich bin viel zu dir du bist so weit ja ich habe man da nämlich ausgerüstet weil ich alles wieder aufnahmen musste hier dreht sich durch auf diesem planeten also auch so wie gesagt den ganzen untergrund weg richtig da landen unsere sachen nur im war in laba ja extrem ist auch an jeden tod von spontan schuld das stimmt allerdings ja ja klar genau weil ich auch nicht mal anders weil sie in deiner nähe war aber gut ja eben eben ja eben genau das ist es doch und du kreist jeden gegner an verstehst du was ich meine das easy so jetzt muss man nur extreme sachen finden und wir sind hier raus freunde du solltest dich wie gesagt heilen den gino 09 fragt kommen die anderen beiden auch noch dazu oder ist es staffel 042 in dieser staffel sind es nur extreme und meine einer richtig ich bin übrigens der ccm also ich überwache praktisch beide chaträume deswegen antworte ich dir gerade in dieser staffel sind es nur wir beide der spontan extreme one and only also tobi und eric mussten leider ja pause so ich weiß leider nicht mehr wo der leiche sie ich habe die orientierung verloren ja irgendwo da ja bin gleich aber auch wieder tot brauche man sagen komme her ja danke zehn stück hast du so viel habe ich selbst insgesamt noch nicht mal also wenn ich meine leiche hätte wo sind die denn jetzt da hier unten war es nicht wo du gestorben bist ne ich weiß es nicht ganz ehrlich ich habe keine ahnung ach wir haben deine haubleiche doch gar nicht gefunden doch meine haubleiche was das denn für die tür oh mein gott was zum teufel ist das da für ein geräusch komm mal zu mir ja gut gehe ich jetzt komplett woanders hin ich habe eine tür gefunden eine jump and run tür extreme ja aber das ist ja gut und schön die müssen wir uns dann irgendwie merken die können wir doch kurz nebenbei machen ja ich will erst mal meine ausrüstung ach ja ich heil mich erst mal das darf doch echt nicht wahr sein ich bleib einfach mal hier stehen ich weiß verdammt noch mal nicht wo meine ausrüstung ist oder habe ich deine außen eingesammelt nee das ist ja ganz anderen ort gewesen ach so ach da kann ich ja gar nicht wissen wo das ist da war ich ja gar nicht da ich müsste den eingang wieder finden wo wir quasi runter kamen sonst bin ich doch noch mal zum schiff und dann gehe oben beim wasser ja super aber er prinzipiell die einfachere lösung hier ist das irgendwie komplett falsch das ist ach ich dreh durch hier ist das irgendwie komplett falsch ich kann nochmal in der zeit ein bisschen gift abhaben hier unten hattest du fackeln gesetzt bei dir weißt das noch ja das ist schwer zu sagen wo ich da gestorben bin ich weiß es wenn ich das sehe dann weiß ich das hundertprozentig es ging auf einmal da tief runter da bist du ja eben auch gestorben und da hab ich gesagt da bin ich auch gestorben und dann hast du gesagt du wusstest jetzt auch warum ich glaube ich hab's gefunden ich glaube es ich bin mir nicht sicher hier ist es nicht alles könnte auch seine ich jetzt auch eine eingesammelt habe ich bin ja ganz oder war es eine gesamte ausrüstung das war alles ne ich habe nur 212 kupfer du hättest auf jeden fall auch noch kupfer gehabt ascha wenn du ravioli gegessen hast und deine katze auf dir rumläuft dann frage ich mich gerade wie hast du denn bitte gegessen so kamen wir von hier runter kann doch wirklich nicht wahr sein hier kommt bei der sache schon näher dann bin ich hier lang gegangen das ist ein ganz anderer abzweig gewesen sehr schön es war komplett ein anderer gang ich bleibe bei der tür ich darf mich nicht weg bewegen ja und nicht sterben auf gar keinen fall sterben ich bin hier abgesichert nein war ein quatsch so ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtiger das hier war der sachen gefunden nein verdammt beschädigt so 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 Ich war es aber auch nicht, oder? Nee. Nee, hier war es nicht. Verdammt. Ja, na klar, Mascha. Das würde ich jetzt auch behaupten, dass es daran liegt. Wahrscheinlich den ganzen Mund voll in den Haaren, aber die Lulig so kleben. Und deswegen ist die Katze da am Kletternern. Jeder hat seine Essgewohnheiten. Richtig. Ich esse ja meistens immer mit der Nase voran. Hast du deine Sachen gefunden? Ich habe hier übrigens auch so eine Tür gefunden. Wir haben ja zwei Türen. Kannst du dich mit Fackeln markieren? Rechts oben. Von mir aus, meine ich, jetzt gesehen. Ja, markiert habe ich das jetzt hier mal mit ein paar Fackeln. Hell genug ist der Raum, aber ich will jetzt endlich meine Sachen haben. Das wäre wirklich schön. Was habe ich denn da gefunden? Ach, 27 Schaden. Na, ist aber nicht so gut wie meine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dann muss ich mich hier irgendwie wieder hochbauen. Es ist gerade ein bisschen nervig. Aber es geht ja nicht anders. Ja, hier ist zwar schön gut und alles schön loot, aber ich will mein Zeug. Ich habe hier leider auch nichts von dir. Ich habe mit Diamanten in die Sache gefunden. Aber danach habe ich mich gesucht. Ich habe auch gerade einen neuen Helm gefunden. Und nochmal durch das Titanium. Oh, Masha behauptet gerade, sie ist ein dickes Ferkel. Masha ist vor allem ein Laberkopf. Und ein Laberkopf. Dickes Ferkel und ein Lagerkopf. Also, Masha, es gibt Probleme, an denen du arbeiten solltest. Aber wir tolerieren natürlich so, wie du bist. Also mach dir keine Sorgen. Richtig. Uns kommen keine Vorurteile. Ich kriege ja echt die Krise. Ich bin auch schon auf der Suche, aber ich weiß echt nicht, ob ich hier was finde. Das sieht echt schlecht aus. Ja, aber ich bin gerade hier entgegen dem Bube vor noch nie waren. Ja, das ist dann schlecht. Das war auf jeden Fall schon in der Gegend, wo wir waren. Merfig! Ja? Das kann doch echt nicht sein. Ich bin zu dir hin und du hast dann gesagt, ja, meine Sachen sind da weiter rechts und dann bist du irgendwo runtergefallen. Da bin ich dann auch runtergefallen und du bist da gestorben. Und dann bin ich da noch ein Stückchen weiter links runtergefallen und bin da dann auch gestorben. Das war gar nicht mal so weit weg von dem, wo du deine Sachen geholt hast. Ich weiß halt nur echt beim besten Willen nicht, wo das ist. Du bist auch fleißig am Suchen. Ich glaube, wo die ganze Zeit rum, ja. Links war das nicht. Ich finde nicht mal mehr die Stelle, wo ich runtergefallen bin. Ja, die bin ich auch die ganze Zeit am Suchen. Das muss ich mich gegen Physik behaupten. Überhaupten. Oh, vielleicht. Oh, jetzt habe ich noch Hunger. Auch noch ungünstig. Kann echt nicht sein, ey. Was habe ich denn hier zum Essen da? Ja, nur noch großes Fleisch. Ah, Kaffee, wie auf dem Campfire. Ah, zu spät, aber lieber das hohe Fleisch gegessen. Ist gesünder. Natürlich. Alles bio. Ist ja praktisch eine Art Beef Tiki. Genau, nur Lebensmittelvergiftungsart. Richtig. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Das ist gerade echt ein bisschen nervig. Das kann echt nicht sein. Das muss doch in der Nähe sein. Da habe ich schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Ich laufe ja auch überall, lang, gucke, mache. Aber ich fände einfach nicht. Ich fände einfach nicht. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Gestorben. Oh, ich fühle die Krise. Extreme, du kannst doch nicht einfach sterben. Ich muss sagen, dass mir das Spiel gerade dezent auf den Nerv geht. Mindestens seine Leiche irgendwie mal findet oder so, dass sie einem angezeigt wird, aber nein. Ja, so eine Anzeige wäre schon schön. Sind wir hier runtergefallen? Komm mal nach rechts. Sind wir hier runtergefallen? Nee. Oder? Nee. Nee. Nee, hier war es definitiv. Nee, okay. Ja, es ist echt, also diesen Planeten hier will ich echt nie wiedersehen. Hast du die Treppe bauen? Hast du irgendwas? Nee, ne? Nee, ich bin ja gerade wieder gestorben. Wow. Läuft. dass die viecher hier immer so schnell wie spawn ja ich habe auch hier mit der dicken biene zu tun im endeffekt wie viele wir jetzt hier unten schon abgeschlachtet haben und noch eins das ist echt unfassbar dass ich diesen ort nicht mehr finden hier war ich eben auch ja finde ich zumindest recht die leiche von meinen anderen total weil ich habe auch schon wieder ein paar module gefunden aber das ist einfach nur einfach nur ein bisschen mehr viel ich meine dass man stirbt gut und schön dass man die pixel verliert es war auch ärgerlich aber ja dass man seinen körper vielleicht irgendwie dann noch markiert hätte oder so das wäre echt cool das wäre schon schön sondern hat er möglichkeit würde ich auch zustimmen aber zum glück sind ja auch nur 30 prozent die man verliert an peter bei wiederholten todesfällen sind das natürlich schon einige irgendwann ist 100 prozent okay hier ist es nicht weiß der stream zufällig rat gerade wo seine sachen sein könnten hat sich jemand die weg gemerkt hat er zu vielleicht gesehen wo der extrem gestorben ist man ja mal fragen wenn man das flüge schon an hat kann man ja mal nach hilfe betteln ich glaube das war so verwinkelt und verbrochen wo ich gestorben bin dass man das so nicht mehr findet na super natürlich ist jetzt hier feuer rausgekommen ich habe auch echt pech hier gerade das gibt es nicht ach herrlich herrlich ich habe da eine markierte tür gefunden wow ja und ich bin wieder tot das heißt ich habe weder meine erste leiche noch meine zweite leiche ja läuft ja richtig gut kann ich sein dass wenn keine von beiden finden ja und wenn ich auf den timer gucke sind wir auch schon wieder am ende herrlich wir können doch mal schnell zusammen gucken machen wir viel spaß beim aufnehmen bis zum nächsten mal dank dass du da warst und viel spaß bei deiner aufnahme hoffentlich mit mehr glück als hier bei uns richtig so ist hier was unten drin ich finde ich bin schon wieder tot ach das ist doch unfassbar wenn du halt einfach deine ausrüstung nicht mehr hast du stirbst an dauernd dann ja weil die hat extrem viel schaden machen halten und das hat nicht zum heilen und nix das ist natürlich alles ich bin tot ich habe ich zu gut ich würde sagen wir müssen jetzt irgendwie schnell außerhalb der aufnahme zumindest ein doch außerhalb der aufnahme jetzt noch schnell deinen körper zumindest finden damit wenn wir erstmal jetzt die folge beenden und ach du bist dran mit der abmodi ja und da bedanken wir uns dass ihr alle dabei wart wir wollen gleich noch 7 days aufnehmen ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn wir mit dem jungen mal gestorben sind und gefühlt auch janisch geschafft haben bis dahin haut sie rein und wenn ihr es noch mal bei extreme sehen wollt der link ist natürlich unten in meiner beschreibung bis dahin bei tschüss tschüss tschüss